So ihr Lieben, wir sind jetzt beim Speed Dating und bei mir ist ihr lieber Moin Gold Marie, kurz einfach Marie und du bekommst jetzt von mir jede Menge Fragen gestellt und beantwortest sie einfach so spontan und intuitiv wie möglich. Fühlst du dich bereit? Nein, let's go. Magst du Bourbon? Nein. Bist du ein Kratzbaum? Auf jeden Fall. Was würde dir dabei helfen, in einer Zombie-Apokalypse zu überleben? Pfeil und Bogen. Wie macht eigentlich der Fuchs? After Eight? Ja, auch als Kakao. Was ist deine größte Leistung in deinem bisherigen Leben? Die Geburt meiner Tochter. Was hilft dir beim Einschlafen? Regengeräusche und oder Hörspiel. Und was hilft dir beim Aufstehen? Dass mein Mann einfach knallhart das Licht anmacht. Wohin würdest du gerne mal verreisen? In die Karibik. Ananas auf Pizza? Ach, bitte. Wer ist dein größter Fan? Ich, ich mag echt gerne, was ich tue. Was ist deine geheime Superkraft? Ich kann mit den Ohren wackeln. Mach mal. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Fotoequipment. Du bist ja auch Sprecherin. Wie oft versprichst du dich? Sehr oft. Wie beschreiben dich deine Freunde in drei Worten? Sie ist launisch. Und wie würden dich deine Feinde beschreiben? Sie ist seltsam. Was hilft dir dabei, dich zu entspannen? Step by Daylight zocken. Weißt du noch, was die zweite Frage war? Nein. Dein Lieblingsbuch? Subbude von Panem. Das Beste an Paul? Sein Humor. Ist das noch Punkrock? Nicht mein Genre? Wenn du ein Fantasywesen sein könntest. Welches wärst du gerne und warum? Eine Meerjungfrau. Ich liebe es zu schwimmen und würde echt gerne unter Wasser ein bisschen länger leben können. Eine Mordwaffe mit M. Messer. Lieber Pen oder Paper? Pen. Morgen geht die Welt unter. Was machen wir beide heute noch? Eine Runde Step by Daylight und dann die Kamera schnappen und alles fotografieren. Dein Lieblingslied? Alles von Meatloaf. Was bringt dich zum Lachen? Mein Mann. Und was bringt dich zum Weinen? Mein Mann. Glückwunsch Marie, du bist jetzt Weltherrscherin. Was ist deine erste Abendshandlung? Sofort antworten. Depp by Daylight für alle. Stell doch mal kurz das Format Auf einem Bourbon in bester Sprecherin-Manier vor. Herzlich Willkommen bei Auf einem Bourbon mit Bourbon Kit. Herzlich Willkommen. Und dein Gesichtsausdruck, wenn Paul wieder Quatsch macht. Danke, du hast es geschafft. Oh Gott sei Dank.